Musik Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Liebe Geschwistern, ich wünsche euch allen einen gesegneten Fastenmonats Ramadan. Wir sind beim Endspurt momentan. Bald ist das Fastenbrechenfest. Ich hoffe euch alle begrüßen zu dürfen im Islamic Center in München in Freiband. Willkommen am Dienstag um 8.45 Uhr. Assalamu alaikum, bis später. Assalamu alaikum. The Islamic Center in Munich is welcoming you to the Eid Prayer on the 5th of July. Like every year we will start at 8.45 Uhr, so please come earlier for the Tesefeer. And we will be honored to have you here in one of the oldest mosques in Germany, Eid Mubarak. Assalamu alaikum, Eid Mubarakatuh. We will be honored to begin with prayer. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Eid Mubarak Ich wünsche euch ein gesegnetes Liedfest. Inshallah findet am Dienstag um 8.45 Uhr wie jedes Jahr bei uns das Hilfgebet im Islamischen Zentrum in München statt. Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak